Sei herzlich willkommen zu unserem Sommer Retreat. Wir laden dich ein zur Meditation, Ankommen und Reinigung. Verbringe mit uns neun Tage der Achtsamkeit und inneren Einkehr. Lass dein Alltag zur Meditation werden. Du lernst verschiedene Arten der Meditation kennen, unter anderem Geh- und Sitzmeditation sowie geführte Meditationen und lebst durch diese Achtsamkeitsübungen in den Augenblick hinein. Ankommen im Jetzt. Werde dir deiner bewusst. Begegne deinem Wesen. Sei mit dir. Komm bei dir an. Verfeinere die Wahrnehmung für dich selbst. Reinigung. Detox auf allen Ebenen. Durch die vitalisierende und reinigende rohköstliche Ernährung gibst du deinem Körper und deiner Seele die Möglichkeit, sich von Altlasten zu befreien. Ein gereinigter Körper ist die Voraussetzung für einen klaren und wachen Geist. Du erschaffst dir so die Grundlage für ein erfülltes und glückliches Leben. Du schaffst dir so die Voraussetzung für die Voraussetzung. Du schaffst dir so 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 die Voraussetzung.